Die verabreden sich, über hunderte von Kilometern hinweg gleichzeitig zu blühen. Der Mutterbaum verbindet sich mit dem Kleinen und ernährt den mit. Da kann man kein Regelrecht sagen, der wird stillt. Bäume sind keine Holzproduktionsmaschinen. Es handelt sich um fühlende Wesen. Wenn sie was für den Wald tun wollen, können sie es unterlassen, dort rumzusägen. Wenn wir Naturschutz machen, schützen wir nicht die Natur. Wir schützen uns selber. Natürliche Wälder sind Superorganismen. In einer Handvoll Walderde stecken mehr Lebewesen, als es Menschen auf der Erde gibt. Die Natur können wir gar nicht kaputt machen. Die wird sich immer wieder erholen. Der Wald kommt zurück. Es wäre nur schön, wenn wir dann noch da sind. Die Natur im Land Vielen Dank.